Wir sind mit der Al-Muqaddimah, mit dem Prolog dieser kleinen Lektüre soweit fertig. Heute beginnen wir mit dem ersten Prinzip der vier Prinzipien dieses Buches. Das erste Prinzip ist recht kurz. Er sagt hier, auf Deutsch übersetzt, du musst wissen, also das erste Prinzip, du musst wissen, dass die Kuffar, gegen die der Gesandte Allah s.a.w. gekämpft hat oder vorgegangen ist, ob Signierten eingestanden, dass Allah Ta'ala der Schöpfer und Walter ist. Jedoch bewirkte dieser Glaube nicht ihren Eintritt in den Islam. Der Beweis hierfür ist die Rede Allahs. Dann zitiert er hier die Aussage Allah Ta'alas. Sprich, wer versorgt euch vom Himmel her und aus der Erde? Oder wer ist es, der Gewalt über die Ohren und die Augen hat? Und wer bringt das Lebendige aus dem Toten hervor und das Tote aus dem Lebendigen? Und wer sorgt für alle Dinge? Sie werden sagen, Allah, so sprich, wollt ihr ihn denn nicht fürchten? Oder, das könnte auch heißen, wollt ihr euch denn nicht vor dem Politheismus in Acht nehmen? In diesem Prinzip, das ist das Ende des ersten Prinzips. In diesem Prinzip soll festgehalten werden und bemerkt werden, dass die Politheisten der vorislamischen Ära der Jahiliyyah den Tauhid der Ar-Rububiyah rudimentär annahmen und obsignierten. Ja, eine Ansatzweise. Und ich erwähnte längst die Bedeutung dieser, dem Tauhid zugehörigen Kategorie, ganz am Anfang dieser Unterrichtsreihe. Aber ich erwähne nochmal das bereits genannte, da es hier nochmal darum geht. Tauhid al-Rububiyah bedeutet, dass wir Allah Ta'ala als einen alleinigen Herrscher im gesamten Universum anerkennen und Besitzer. Der Tauhid al-Rububiyah ist die Vereinheitlichung Allah Ta'alas in der Herrschaftsgewalt und Oberhoheit. Diese Kategorie beinhaltet alle Allah exklusiv zustehenden Handlungen der Gottheit, wie die Fähigkeit des Erschaffens aus dem Nichts, das allgegenwärtige Wirken auf das gesamte Universum, die unumschränkte Verfügung, überleben, Tod, Nutzen, Schaden und so weiter. Demnach ist Allah Ta'ala alleine die absolut waltende Macht jeglicher Existenz. Jede noch so winzige Substanz bewegt sich nur durch seine Kraft, seinen Willen und Erlaubnis. Diese Kategorie des Tauhid wird Tauhid al-Rububiyah genannt und handelt wie ersichtlich um die Handlungen Allahs. Nun, diese Form des Glaubens an Allah Ta'ala bzw. an die Rububiyah Allahs ist nicht zulänglich, um den islamischen Monotheismus, den Tauhid und zomit den islam zu realisieren. Ta'imam Abol-Hassan, Ali ibn Abol-Aziz, Al-Hanafi, Rahimahullah, Zakt وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون وقد كان مستيقنا به في الباطن كما قال موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وقالت على الأنهم عن قومه وجحدوا بها وستعقانتها أنفسهم ظلما وعضوا كما قالتر أن تلم أن يتم انتهي المنشوق لديم Ever since this Aspect has made to this of the Tawhid also the Tawhid of Rububia stand جانسل also in jedem Detail in Wahrheit haben die Herzen eine innerwohende Tendenz daran zu glauben also den Tawhid of Rububia mehr als für jede andere Wahrheit oder Existenz also existierende Sache es ist wie Allah Ta'ala über die Gesandten berichtet, dass sie sagten, gibt es etwa Zweifel über Allah den Schöpfer der Himmel und der Erde das ist eine Auffassung in dem Tafsir dieses Verses es gibt aber eine andere Auffassung im Tafsir dieses Verses dort wird das Wort entsprechend der Bedeutung des Wortes Allah und seiner Wortherkunft ausgelegt und dementsprechend heißt es, gibt es etwa Zweifel über die Anbetungswürdigkeit Allahs oder das über die Uluhiya Allahs die Anbetungswürdigkeit Allahs den Schöpfer der Himmel und der Erde die Person die am berüchtigsten ist wegen seiner Ignoranz oder Abweisung bezüglich der Rububiya Allahs das war Faraon aber innerlich in seiner Seele war er davon in Wahrheit überzeugt Musa sagte zu ihm er sprach du weißt du weißt recht wohl dass kein anderer als der Herr der Himmel und der Erde diese Zeichen als Zeugnisse herabgesandt hat und ich halte dich O Pharao zweifellos für ein Opfer des Unheils und Allah bekundete folgendes über Farao und sie verwarfen sie also die Verse in Ungerechtigkeit oder die Ayat und sie verwarfen sie in Ungerechtigkeit und Hochmut während ihre Seelen doch von ihnen überzeugt waren siehe nun wie das Ende derer war die Unheil anrichteten in der Aussage Allah Ta'alas in dem Vers den Ibn Abil-Izz hier zitiert es handelt sich hier um eine rhetorische Figur der Fragestellung und zwar der bestätigenden Frage Istifamu Taqrir der Sprecher stellt dem Hörer eine Frage um eine ihm bekannte Tatsache zu bestätigen gibt es Zweifel verzweifelt über Allah ihre Antwort nein es ist also eine rhetorische Figur aus diesem Grund wurde folgender Ausdruck im Koran verwendet also weil ja die Mushrikun die Politeisten die Rububiyah Allahs akzeptierten und anerkannten wurde die Rububiyah als Mittel zum Tauhid der Uluhiyah verwendet und als Argument gegen den Politeismus in den Anbetungen Allahs Maha'u Ta'ala sagt beispielsweise O ihr Menschen dient eurem Herrn der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat damit ihr gottesfürchtig sein möget dient eurem Herrn gehorcht ihm betet ihn an ruft ihn auf dient ihm der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat bevor ich auf den eigentlichen Teil zurückkomme wegen dem ich diesen Vers hier zitiert habe hier ist ein kleiner Hinweis der mit dem mit dieser Form des Aufrufes im Koran zu tun hat Ja Ayyuhannas O ihr Menschen In den Büchern der Ulum im Koran wird erwähnt dass jeder Vers in dem oder jede Sura jede Sura in dem ein Aufruf mit Ja Ayyuhannas vorkommt dort handelt es sich um eine mechanische Sura und jeder und die Suren in denen der Aufruf mit Ja Ayyuhalladina Amanu vorkommt dort handelt es sich um medinensische Suren dem ist aber nicht immer der Fall das heißt man kann sagen es handelt sich um ein Prinzip das größtenteils Geltung hat aber hier gibt es Ausnahmen denn dieser Vers hier befindet sich in der Sura Al-Baqarah Ya Ayyuhannas u'budu rabbakum das ist ein und Sura Al-Baqarah ist mit Konsens der Koran Wissenschaftler eine medinensische Sura ebenfalls in der Sura Al-Baqarah kommt dieser Aufruf vor Ya Ayyuhannas und die Sura Al-Baqarah ist auch mit Konsens der Ahl Al-Baqarah eine medinensische Sura und an einer dritten Stelle und zwar in der Sura Al-Baqarah ebenfalls eine medinensische Sura also das heißt diese Regel ist größtenteils korrekt es müssen aber diese drei Ausnahmen gemacht werden der Vers hier ist ein allgemeiner Appell an die Menschheit die Dienerschaft das heißt die Ibadah zu realisieren wenn man dies bedenkt könnte man der Meinung sein dass der adäquate Ausdruck hier wäre zu sagen dient eurem Allah im Vers wird gesagt dient eurem Rabb Herrn Rabb deutet auf die Rububia Al-Ilah deutet auf die Uluhia das Wort Ilah bedeutet nämlich der angebetet jedoch wurde an Stelle dieses Begriffs das Wort Rabb auserwählt um diesen Appell durch eine Art Begründung und Kausalität zu untermauern es soll hier nämlich zum Ausdruck kommen dass er angebetet werden muss und diesem würdig ist da er Eigenschaften Attribute der Herrlichkeit der Rububia hat und zu den einprägsamsten dieser Eigenschaften gehört das Erschaffen und Versorgen durch die Bereitstellung eines lebensfähigen Ortes der alles beheimatet wovon das Leben des Menschen eben abhängig ist daher werden hier wird einmal das Wort Robukum zum Ausdruck gebracht und anschließend zwei Eigenschaften der Rububia und zwar das Erschaffen ist eine der vorstechenden Eigenschaften der Rububia und das Versorgen darum lautet es dann in der Fortsetzung dieses Verses Das ist ein ganz interessanter Vers über den man nachdenken sollte Er beinhaltet am Anfang eine Aufforderung die Rububia die Dienerschaft gegenüber Allah zu verwirklichen indem man ihn einzig und alleine verehrt gehorcht ihm niederwirft sich ihm ergibt und beugt und dann begründet er dies mit der Rububia da er ihr Herrscher Besitzer Schöpfer ist und Versorger ist und der Walter dieses Universums eben die Eigenschaften der Göttlichkeit hat und dann nennt er zwei Eigenschaften dieser Göttlichkeit beziehungsweise der Herrschaft der Rububia wie gesagt das Erschaffen und das Versorgen und nennt weitere Beispiele für die Versorgung Allahs indem er sie an den Himmel an die Erde an die Früchte und den Regen erinnert und schließt diesen Vers mit einem Verbot ab mit dem Verbot des Politheismus ab verbietet ihnen dementsprechend Allah nicht beizugesellen in der Anbetung und Dienerschaft in diesem Vers wurde Gebrauch gemacht von einer Präposition dem Fa Fa la taja'alu hier bei der Aussage Allahs Fa la taja'alu Darum setzt Allah nichts gleich Dieses Fa wird auch Fa utafri' genannt also das Fa der Ableitung und Deduktion Die Schlussfolgerung dass es unzulässig ist Allah etwas in der Anbetungswürdigkeit gleichzusetzen wird aus den vorherigen Annahmen abgeleitet Darum wurde das Fa hier verwendet Es gibt im Koran unzählige Stellen in denen festgestellt wird dass die ungläubigen Polytheisten diese Form von Glauben an Allah hatten also den Glauben an die Rububia und dennoch Polytheisten waren wie etwa die Aussage Allah und wenn du sie fragst wer erschuf die Himmel und die Erde werden sie sicher sagen der erhabene der wissende also sie bestätigen auch Namen und Eigenschaften Allah er hat sie erschaffen und wie die Aussage Allah und wenn du sie fragst wer schuf die Himmel und die Erde dann werden sie gewiss sagen Allah sprich alles Lob gewährt Allah jedoch die meisten von ihnen wissen es nicht und wenn du sie fragst wer schuf die Himmel und die Erde so werden sie sicher sagen Allah sprich seht ihr denn was ihr außer Allah anruft wenn Allah mir Schaden zufügen will können sie dann den Schaden entfernen oder wenn er mir Barmherzigkeit erweisen will können sie dann seine Barmherzigkeit verhindern sprich Allah genügt mir auf ihn Vertrauen die Vertrauenden Mujahid ibn Jabral Makki sagt über diese Verse ihre ihre Überzeugung an Allah umschrieben durch die Bekräftigung Allah hat uns erschaffen er versorgt uns und wird unser Leben zurücknehmen hat sie keineswegs davon Abstand nehmen lassen andere Aliha angebetete oder Götter neben Allah anzubeten Abdullah ibn Abbas sagte wenn du sie fragst wer erschuf die Himmel und die Erde dann werden sie sagen Allah aber dies hat sie nicht davon abgehalten andere anzubeten wer diesen Teil des Tauhid anerkennt für den ist es unabdingbar auch diesen Schöpfer in der Anbetungswürdigkeit zu vereinheitlichen darum argumentiert der Koran beständig gegen den Schirk der Mekkaner mit ihren rudimentären Anerkennung der Rububia einige der ungläubigen politischen glauben sogar an die Auferstehung die Abrechnung und die Prädestination also Al-Qadr so lautet es in einem Gedicht von Zuhair yuakkar fayudah fi kitabin fayudahkar liyawmil hisabi au yuajjal fayankami werde es vertagt in eine Schrift eingetragen und zum Tage der Abrechnung aufbewahrt oder sogleich vorgenommen und bestraft Zuhair ibn Abi Sulma Zeitgenosse des Imru' Al-Qais und Nabira Al-Dubjani mit denen er um den Ruhm der größte vorislamische Dichter zu sein wetteiferte Abul Faraj Al-Asfahani überliefert in einer mit Mängeln behafteten Überlieferungskette das der Prophet Zuhair im Alter von 100 Jahren getroffen haben soll und zu ihm sagte O Allah bewahre mich vor seinem bösen Teufel wonach er keinen Vers mehr vor seinem Tode dichtete das zu diesem Prinzip und damit wären wir fertig Allah Allah Sallallahu Alain Abina Muhammad Namnar B 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 whack Vielen Dank.